Im Osten Deutschlands kommt es vermehrt zu Gewittern. Hallo? Ich glaube, das Gerät ist kaputt. Ich habe gerade einen Stromschlag bekommen. Sorry, Bernd, der Fehler wird gleich behoben. Ich würde den Knipser ja gern fallen lassen, aber ihr habt ihn mir ja mit Sekundenkleber an die Hand geklebt. So, Bernd, der technische Sachverständige ist da. Was? Der, der, oh nein, nein, alles nur das nicht, nicht ihn. Nehmt mir das Ding ab. Mein Sieg, dem, ist, dem.